Hey Leute, so ich bin gerade in Köln und habe Sport gemacht und erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Habe dann nämlich auf Spotify, höre ich dann meistens so eine Gym-Playlist. Und ich wollte jetzt nach dem Sport dann direkt duschen gehen und habe es nicht geschafft, weil es mich inspiriert hat. Nein, tatsächlich, ich meine auf dieser Playlist ist ganz viel mit runtergepitchten Sachen. Das ist natürlich sehr DJ-lastig und da muss ich jetzt einfach mal kurz machen. Und ihr entscheidet, ob man dazu Sport machen kann. Hat überhaupt noch keine Lyrics, ist aber jetzt auch noch völlig wurscht. Also, let's go. So, let's go. So, when you hypnotize me and you start me forever, talking real slow and you go and tap me forever. Maybe if I know when we're starting to show it, taking real slow. Warte auf die Verkasten, die ist geil. Jo, jetzt gehe ich duschen.